Hallo Glicks und herzlichen Glick zum weiteren Glick im Glick und Glick Glucky Belgluck Oder weißt noch... wird wiederholt immer nur seinen namen aber ich kann natürlich auch für meine faxen zu machen und das ding überhaupt mehr als zu nehmen das game ich weiß nicht wann ich angefangen habe das game nicht mehr ernst zu nehmen ich weiß nicht war mal der ist in der zelle wo hängt er wo wir denken nicht in der zelle hängt draußen rum warum wird er nicht zusammengeschlagen auf den weg bringt den zu mir der energy drink kann dem ja nicht weggenommen sein du beobachtest mich ja wenn du da reingehst kriegst du auf die fresse oder wenn du mir zu nahe kommst was weiß mir aber wenn du glick zu nahe kommst der sagt noch nicht mal was ich darf nicht verdienen habe ich so aufgefasst ich mach nichts ich bediene mich nur für mich für dich ja natürlich ist er wachmann das ist alles ich habe nichts gefunden aber ich mache das nur für sie ein spaß natürlich nicht als ob davon träumt er nur dumme rohni wobei ja ich muss arbeitszeit aufbauen wobei ich kann was positiv ist tun ich hohe nie ich kann es auch machen so draht draht und draht glaube ich das ist ja ich möchte ja ich möchte sein aber zack einmal zack und einmal tiggity zack in die zack zack ja so ok dann ist man besser zwei weil was wir haben das haben wir und außerdem brauchen wir draht ja sowieso keiner ist schlauer als ich also der sollte komedien werden er sollte komedien werden der typ keiner schlau als ich naja was für ein brüller also wer hier live puppen wer hier live puppen die kommen die könnten sich ja nicht mehr um stühlen halten vor lachen bei jürgen da runterfallen stühlen also nicht nur die leute die vom stuhl fallen weil sie zu übergewichtig sind aber auch die anderen leute jeder einzelne würde vom stuhl fallen vor lauter lachen also der typ der ist lustig also dafür muss ich eigentlich fast sagen danke auf jeden fall so haben wir backup zauern haben wir hier noch ein flash was ich nicht brauche soviel zeug momentan gucken wir mal ob ihr irgend ein flash will wobei könnte man als waffe noch benutzen aktuell gesehen er schnauze jetzt ich hab noch nicht vom jetzigen tragen leider verruf mir aus wenn du bezahlst alter verrufe ich hier jeden hillary a hillary aus 100 baby change aus sims ja tja hillary du wolltest eh du wolltest eh zu etwas übernach zu etwas was du nicht was du nicht wirklich bist deswegen ja heute hat sich ganz schlimm verändert deswegen passt das auch extrem gut mit dem verruf hier hilder wie lowland jetzt vielleicht hilder wie schmollend oder so nasser bandit war es halt bei dich wobei die falle ich mit dem kümperl amt selog selog keine question bei ne eigentlich ist ein hs was klo überfluten von und wem von seri setze wo sehr die sitze sie die sitze ist da oben wobei lötkolben warum war nicht die normale kleidung kann weg und äh bettlaken kann auch weg was scheiß kaum wert zu sein ey z z nein böses z z ganz büses z z ja komm her mach dich alle kollegien niemand geht den zellen rein wo zählen nichts zu suchen ach so der wollte mir sein ding zu geben was macht er mit dem blech hieß also ich weiß der ein aus den kommentaren hat das in die kommentare geschrieben ich bin bei deiner mann kollegen ich habe nur geschenke verteilt aber bei der egetan da muss ich gar nicht so reden aussieht gleicher appell da muss ich durchset auffallen lassen ist so blöd von halbem stern irgendwo aber es geht aber kann ich auch nicht wenn der typ im arsch klebt was ich abwimmeln weiß grad echt nicht wie keter durchschneiden ist leider keine option ich weiß nicht wobei wenn energy drinks benötigen ja energie adrenalinshot brauchen wir ich weiß nicht haben wir noch irgendwas ich glaube nicht ne ach so energie shot in die hand nehmen dass keiner irgendwie blöd kommt lege die glacki ach so wird ein super schmugglerbeutel vielleicht noch machen können aber ich weiß nicht ob materialien dafür da stehen jetzt wird ausgebrochen hoffentlich aber zumindest die weichen dafür gestellt für den nächsten tag es ist ein schönes Tag es ist ein schönes Tag es ist ein schönes Tag ah nein ich muss warten eigentlich verdammt ich habe den Strom zu früh abgeschaltet es ist noch Appellzeit ich habe den Strom echt zu früh abgeschaltet ich hoffe ich habe die Bettpuppe reingelegt dann meine ich nicht Hillary scheiße was mache ich jetzt war zu früh vielleicht warte ich einfach noch ein bisschen ja definitiv kann der Strom mal wieder angehen hier А warte ich ist dann warte ich . Tja mal wieder ankie. Sjön wir Pared? Sjön wir Pared? Atmen wir wieder ankie?